Die Tesla Aktie ist ein unheimlich heißes Eisen und hat in den letzten Tagen an der Börse für Furore gesorgt. Ganz offen und ehrlich, bei mir steht es glücklich 2 zu 1. Das heißt also, ich habe zwei Short-Positionen mit einem Profit ins Ziel gebracht. Bei einer Short-Position wurde ich geradezu zerstört. Wie das ausgesehen hat, ganz konkret, wo mein potenzielles Kaufniveau bei Tesla liegt, das möchte ich euch in diesem Video gerne verraten. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier auf dem Tradermacher Kanal und ich hoffe natürlich, Tesla hat euch vielleicht sogar einen Gewinn gebracht. Auf jeden Fall nicht eure Short-Positionen zerstört, wenn ihr denn welche eröffnet habt. Meine ganz persönliche Bilanz ein 2 zu 1 und ich gebe ganz offen zu, es war ähnlich glücklich wie gestern das 4 zu 3 von Bayern gegen Hoffenheim. Das 2 zu 1 hätte auch anders ausfallen können. Ganz konkret, ich habe auf dem Erichsen-Kanal ein Video über Tesla gemacht und in diesem Video habe ich auch beschrieben, dass ich eine Short-Position hatte und ich habe direkt einen Tag später auch als ersten Post oben dran gehängt. Ich blende euch das Video hier mal ein bzw. den Link dazu. Habe ich angehängt, Vorsicht, ich war Short bei, so lange ist das schon her, 537 Dollar in etwa und habe um 480 Dollar, zwischen 480 und 490 US-Dollar diesen Short wieder geschlossen. So, das erschien mir auch deshalb so wichtig, das oben anzupinnen, um klarzumachen, die Warnung, dass in einem Short-Squeeze erst einmal alles passieren kann, was man sich so vorstellt, die kommt nicht von ungefähr. Also, das 1,0 ging an mich. Der nächste Trade war erneut auf der Short-Seite und zwar in Höhe von etwa 700 US-Dollar. Ich wurde derart zerstört. Also noch am selben Tag, ja, ich habe den Short nicht direkt über die Aktie umgeführt, weil ich das, oder ausgeführt, weil ich das nicht so gerne mache, in einer solchen Squeeze-Bewegung. Da sind meines Erachtens KOs, KO-Zertifikate durchaus hilfreich, schlicht und einfach, weil ich von vornherein mein Risiko auf Heller und Pfennig benennen kann. Das heißt nämlich, wenn die KO-Marke erreicht ist, dann ist Ende Gelände, dann ist das Zertifikat in aller Regel wertlos ausgebucht. Teilweise gibt es auch noch einen Restwert, muss man also vorher schauen, ob KO und Basispreis der gleiche sind. Bei mir war das der Fall, bei rund 780 US-Dollar. Ja, das war immerhin 15% über dem aktuellen Kurs. Und wichtig auch bei diesen KOs, euch kann egal sein, und das ist genau das Problem, wenn ihr die Aktie selber shortet, dass ihr natürlich am nächsten Tag mit einer Kurslücke von 50, 100 oder 150 Dollar überrascht werdet, dann hilft es euch überhaupt nicht mehr, wo ihr vorher den Stop gehabt habt. Ja, weil diese Kurslücke, garantierte Stops gibt es nicht an der Börse. Und insofern sind also KOs da aus meiner Sicht das Wahl der Mittel. Ich werde gleich noch dazu kommen, welche Variante ich im dritten Trade gewählt habe. Aber der Tag war, ja, wenige Stunden nach einer Blow-off-Kerze, die aber offensichtlich nur ich gesehen habe, denn der Markt hat danach überhaupt nicht zur Unterseite reagiert, sondern innerhalb weniger Stunden wurde ich ausgestoppt und damit stand es dann 1 zu 1. Und beim dritten Mal habe ich mir dann zum Vorteil gemacht, dass durch die hohe Volatilität die Optionen auch relativ teuer sind. Und ich habe einen Discount-Put ebenfalls in Deutschland gekauft. Und mit diesem Discount-Put sagt man, werde ich sicherlich in einem extra Video nochmal besprechen, und für all diese Derivate gilt, wer noch nie ein Derivat gehandelt hat, der sollte das um Hilbenmills Willen erstens nicht machen, ohne dass er sich ausführlich mit der Materie beschäftigt hat. Ich verspreche euch, wenn ihr einfach mal ein Zertifikat kauft, weil es ein YouTuber sagt, weil es eine Zeitschrift sagt, weil es ein Börsenbrief sagt, und ihr habt euch vorher nicht mit der Materie beschäftigt. Das Geld wird weg sein. Ihr werdet nämlich ganz schnell auf eigene Faust irgendwas machen wollen. Also man muss sich damit beschäftigen. Und wenn man damit anfängt, muss ja nicht unbedingt ein Wert wie Tesla der Erste sein, indem man da seine ersten Schritte unternimmt. Also ganz, ganz wichtig. Derivate sind dann tatsächlich Teufelszeug, wenn man sich nicht vorher damit auseinandersetzt. Was macht ein Discount-Put? Ein Discount-Put sagt, du erhältst Summe X, wenn der Basiswert an Tag X unterhalb dieses Wertes handelt. So, bei mir war das ein Discount-Put. Bei der Basispreis war 780 oder 800 Dollar. Laufzeit bis zum April. Habe ich mittlerweile glattgestellt, der rund 45% Profit in weniger als 24 Stunden haben mir dann gereicht, zumal ich nicht ausschließen kann, dass es durchaus noch mal eine Bewegung nach oben gibt. Schauen wir uns gleich an. Das war also der dritte Trade. Und ich sage glücklich deshalb 2 zu 1, weil es so schnell ging. Ich möchte nicht, es gab eine ganz deutliche Blow-off-Kerze bei Tesla, wenn man sich das im Tagesschart anschaut. Aber von denen gab es ein paar vorher auch, wie ich es eben schon sagte. Und daraufhin ist die Aktie nicht gefallen. Also so ein Short-Squeeze, der durchbohrt jeden heißen Stahl und kalten Stahl auch, wie ein heißes Lichtschwert. Was für eine Bildsprache. Also jetzt schauen wir direkt bei mir auf den Bildschirm. Wir benutzen das noch mal als Zeitstempel. Ich werde es gleich sagen, den Schlusskurs von gestern. Ich nehme das Video jetzt auch um Viertel nach 11. Ganz, ganz wichtig bei Tesla, das hinzuzusagen. Also wo liegt aus meiner Sicht die Kaufmarke? Und ich werde auch ganz konkret sagen, ob aus meiner Sicht Tesla auf diesem Niveau etwas ist, wo man langfristig reingreifen sollte oder eher nicht. Also direkt am Bildschirm. So, das hier ist augenscheinlich nicht der Kursverlauf von Tesla, sondern der von Volkswagen. In den letzten Tagen wurden mehrere Vergleiche angestellt zwischen dem Short-Squeeze, den man hier in Volkswagen sieht, und dem Short-Squeeze, den man auch in der Tesla-Aktie gesehen hat. Auf der einen Seite ist der Vergleich teilweise zutreffend, denn in beiden Fällen war es mit 100%iger Sicherheit ein Short-Squeeze, der für diese Bewegung gesorgt hat. Das ist deshalb als Feststellung so wichtig, weil bei einem Short-Squeeze es überhaupt keinen Sinn macht, hier oben, und hier oben bedeutet dann immer ein neues Allzeithoch, irgendwo reinzugreifen und zu sagen, naja, so viel ist die Firma ja gar nicht wert. Darum geht es in dem Moment, wo Short-Seller und auch in den USA gab es einige, die jetzt übrigens recht öffentlichkeitswirksam eingeknickt sind. Wenn die rausgesqueezed werden, dann entscheiden die in den allermeisten Fällen nicht, hmm, vielleicht war es das mit meiner Spekulation, sondern die stehen unter massiven Druck, die müssen kaufen, die müssen eindecken und deswegen fällt diese Rallye so extrem steil aus. Allerdings passt der Vergleich nur zum Teil, also rein technisch betrachtet, es ist beides ein Short-Squeeze gewesen, aber er passt wieder auch nicht, weil es bei Tesla eine ganze Reihe von Leerverkäufern war, die unter Druck gekommen ist. Deswegen ist dieser Short-Squeeze auch in mehreren Etappen abgelaufen, während es bei Volkswagen ein ganz großer war, der diese Bewegung ausgelöst hat und das war Porsche. Porsche wollte über recht komplizierte Optionsgeschäfte, das würde jetzt zu weit führen, die viel größere Volkswagen AG kaufen. Das lässt sich auch sehr schön daran erkennen, dass es diese Bewegung hier nur in den Stämmen gab. Warum nur in den Stämmen und nicht in den Vorzügen? Ja, weil kein Mensch Vorzüge kaufen muss, wenn er ein Unternehmen übernehmen möchte, ja, weil Vorzugsaktien eben kein Stimmrecht haben. Also das sind die Volkswagen-Vorzüge. Hier sieht man diese Bewegung überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir aber weg von Volkswagen zu Tesla. Wir sehen im Übrigen auch, das nun mal nebenbei, logischerweise, weil dieser Squeeze, gehen wir noch mal ganz kurz auf die Stämme von Volkswagen, weil dieser Squeeze natürlich keinen, überhaupt keinen fundamentalen Background hatte, ist in dem Fall auch jedes Retracement im Anschluss unterschritten worden, ja. Das nun mal für ein Extremszenario. Da sind wir ja bei Tesla weit von entfernt. Wir werden sehen, wo sich die Aktie dann fängt. Nun mal als kleiner Hinweis. Also, wann immer das letzte Retracement unterschritten wird, das hier ist im Übrigen ein logarithmischer Chart, kein linearer, passt. Ja, ist das nicht genial, wie diese Retracements dennoch eine sichtbare Wirkung haben? Ja, fast ein Jahr lang hat er sich dann hier, dieses Retracement stand schon zu diesem Zeitpunkt, also nach diesem Squeeze, markantes Hoch, markantes Tief, das mal als Trading. Und dann gibt es hier dieses Retracement über fast ein ganzes Jahr hinweg, diese Erholung an das untere Retracement und dann bricht der Kurs weiter weg. Ich finde es immer wieder faszinierend und dieses Retracement war dann auch noch mal ein Widerstand im Jahr 2015. Und letztendlich muss man sagen, Volkswagen wird, sofern man diesen Squeeze, der natürlich völlig verrückt ist, der natürlich eigentlich einen unnatürlichen Ursprung hat und dennoch scheint dieses Retracement zu wirken. Das heißt also, der Befreiungsschlag in der Volkswagen-Aktie, der wird dann vielleicht erst über 260 Euro stattfinden. So, jetzt blicken wir aber wirklich auf Tesla. Davon sind wir weit entfernt und ich möchte auch überhaupt nicht andeuten, dass Tesla einen ähnlichen Verlauf nehmen könnte wie Volkswagen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise hier. Aber, und darauf möchte ich hinweisen, jede verdammte Fahnenstange wird abverkauft. Und je mehr ihr dann in den Foren lest, bei all denjenigen, die hier oben eingestiegen sind, bei 800, 900, 950, 960, ja, ich sage es mal etwas ironisch bissig, ihr seid natürlich alle nicht gewesen und ich wünsche mir, dass ihr es alle nicht wart. Aber hier oben haben richtig Volumina stattgefunden. Hier haben Leute reingegriffen, die eben geglaubt haben, ja, jetzt zieht das Ding auf 5000 durch, weil, ja, weil Tesla eben ja auch eine Technologieplattform ist. Die Leute haben es nicht begriffen. Ja, ist ja gut. Wenn man sagt, Tesla ist komplett unterbewertet, dann hatte man ja auch Jahre Zeit, Tesla zu viel günstigeren Kursen zu kaufen. Wer Tesla bei 900 gekauft hat, es hat in den letzten fünf Tagen, und da hat diese Bewegung stattgefunden, keine fundamentalen Nachrichten von Tesla gegeben. Also gab es aus meiner Sicht, aus fundamentaler Sicht, doch überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich kaufe jetzt bei 900 Dollar, weil die Aktie wird ja bei 2000 Dollar bald stehen. Das zeigen mir hier die Quartalszahlen, das zeigen mir die Unternehmensnachrichten. Ja, aber dann frage ich dich, der du hier oben gekauft hast. Ich will noch nicht mal sagen, dass das langfristig verkehrt ist. Vielleicht erholt sich Tesla. Wir kommen gleich da drauf. Aber dann frage ich mich, warum brauchte es denn erst eine Kursverdopplung, bis du erkennst, jetzt muss ich Tesla kaufen, weil dann die Gier, und die entsteht nicht im Kopf, sondern die entsteht im Bauch, weil dann die Gier übernimmt. Und richtig gesund wäre es, wenn man das möglichst erkennt. Kleiner Hinweis, im Podcast werde ich nächste Woche, ich glaube am Donnerstag, ein Podcast machen über Gier, Angst, Hoffnung. Das ist extrem wichtig, teilweise wichtiger als jede Chartanalyse. Vielleicht mögt ihr da mal reinhören. Und es gibt schon so ein, zwei Erkennungsmerkmale, an denen man ablesen kann, möglicherweise bin ich hier gar nicht mehr auf rationale Art und Weise unterwegs. So, der Hinweis, dass jede Fahnenstange verkauft wird, Klammer auf, wenn es dann zu einer Übernahme kommen sollte, was fast nie passiert, dann wird die Fahnenstange nicht abverkauft für all die ganz, ganz Schlauen. Die haben natürlich recht. Aber da möchte ich kurz darauf hinweisen, am Mittwoch habe ich im Report genau das geschrieben, und zwar ohne Fragezeichen. Ist der Squeeze einmal vorbei, dann verliert das Papier, zumindest vorübergehend, schnelle 15 bis 20 Prozent. Stand gestern Abend, das sind die Schlusskurse von gestern bei 734 US-Dollar, hat Tesla rund 24 Prozent vom Top verloren. Nehmen wir vom Schlusskurs aus, dann sind wir bei den 15 bis 20 Prozent. Warum kann ich das ohne Fragezeichen schreiben? Weil es immer passiert. Einfach immer. Wirecard, Bitcoin, sucht euch die prominentesten Fahnenstange aus. Gibt es immer eine Korrektur? Klar, von welchem Niveau aus? Ich sagte es ja eingangs, ich will mich hier nicht als den schlauer als schlau machen. Also, meine Bilanz bei Tesla 2,1. Wäre ich allwissen, müsste es 3,0 stehen. Also, darum geht es überhaupt nicht. Ich sage nur, wer da oben reingreift, es kann in den seltensten Fällen sinnvoll sein. Ja, man kann genau das Richtige erwischen beim Short, keine Frage. Es gab allerdings bereits eine fette Kurslücke zur Unterseite bei der Eröffnung. Schauen wir uns dran. Also, Tesla hat bei 880 Dollar gehandelt. Jetzt sind wir 150 Dollar tiefer. Wer solche Informationen möchte, trägt sich bitte für den kostenlosen Report ein. Und ihr seht, sowas ist in 15 Minuten am Morgen erledigt. Ich habe auch keine Zeit, da Romane reinzuschreiben. Es geht mir letztendlich um den Handel. Einfach mal ausprobieren, bitte. Also, was hat es so schwierig gemacht? Dass diese Kerze der Unsicherheit gefolgt wurde von einem, das sieht so klein aus, aber das ist bereits ein großes Gap. Das Ding ist, da shortet natürlich kaum noch einer rein. Wahrscheinlich haben doch eine Reihe von Tradern eher gekauft, diese Kurslücke. Wenn wer bei 880, knapp drüber waren wir, bei 885 schließt und bei 825 eröffnet, ja, da sagt man sich, meine Güte, diese ersten 7 Prozent, die hätte ich ja schon mal nicht bei meiner Short-Position, ja, und dann findet der Short wie so oft ohne einen statt. Also, das ist auch gar nicht so einfach, in so einer Aktie dann tatsächlich profitabel zu handeln, mit so einer hohen Volatilität. Auf jeden Fall nicht im Feierabend-Trading. Also, wenn, dann muss man sowas natürlich sehr, sehr engmaschig beobachten. Wie gesagt, eine Möglichkeit habe ich ja anfangs genannt und direkt in der Aktie beispielsweise Short zu gehen, ja, also wirklich, da darfst du nicht mal für den Hundegang den Platz verlassen. Das geht einfach nicht. Es sei denn, die Positionsgröße ist so verschwindend gering, dass es wirklich keine großen Schäden gibt in deinem Depot. Also, Vorsicht in so einem Short-Squeeze. So, jetzt kommen wir mal hier auf die Werte. Ja, ob es das war oder ob Tesla jetzt noch mal zur Oberseite heute tendiert oder morgen. Das werden wir sehen. Klar ist erst mal, die Schlusskurse sind entscheidend. Das bedeutet, ein Schlusskurs oberhalb von 885 US-Dollar, sprich dafür, ja, wahrscheinlich würden wir dann die nächsten Tausender Marke, auf die viele gewartet haben, wahrscheinlich würden wir sie dann abräumen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dann sind 120 Dollar sind ja nix für die Aktie im Moment. Ansonsten sollte man, wenn wir hier über mittelfristige Einstiege sprechen, ja, das heißt also über einen regulären Trade, wo ich sage, ich möchte über einige Tage und Wochen in der Aktie sein, dann sollte man beachten, dass das Chance-Risiko-Verhältnis passt. Bärisch wäre es, wenn die Aktie unter das 61,8er Retracement abrutschte. Sprich, unter 477 US-Dollar, ich weiß, das kann sich momentan keiner vorstellen, aber mal ganz kurz auf Bitcoin schauen, mal ganz kurz auf Wirecard anschauen, dort sind diese Fahnenstangen im Anschluss jeweils unter das letzte Retracement gerutscht, also unter das 61,8er Retracement, es gibt darunter ja noch eins, allerdings mit weniger Aussagekraft, ich sage es nur mal als Randnotiz, unter 363 US-Dollar sollte Tesla eigentlich nie wieder abrutschen, das wäre bärisch und dann hätte sich die Aktie vom aktuellen Niveau aus ja auch noch mal halbiert, dann sind wir mitten in diesem Kanal und dann ist doch sehr wahrscheinlich, dass wir hier die Unterseite des Kanals bei 275 testen, aber ganz ehrlich, wer bei einer Trading-Position so im Plus ist, wie vermutlich mit Tesla, der sollte sich fragen, ob es notwendig ist, hier einen Stop zu setzen, der 50% weit entfernt ist, es ist noch niemand dran gestorben, auch mal Teilgewinne zu realisieren, klar, wer langfristig drin bleiben will, weil er sagt, Tesla kostet sowieso in ein paar Jahren 5.000, den interessiert das alles nicht, der kann natürlich auch abbrechen und sagen, weitermachen, ihr habt ja alle keine Ahnung, oder ihr betrachtet eine Zeitebene, um es mal weniger bissig zu sagen, ihr betrachtet eine Zeitebene, die interessiert mich nicht, ist auch völlig in Ordnung, ein Investor braucht sich nicht damit aufzuhalten, ob etwas 5% oder mehr oder weniger kostet, so, Bullish wäre, wenn Tesla nicht mehr unter 664 US-Dollar fiele, das 38er Retracement, und das Weitere seht ihr, die Kurslücken lasse ich jetzt mal außen vor, weil es einfach so viele sind, die es zu schließen gäbe, deswegen, Fazit, oberhalb von 664 US-Dollar kann es noch mal einen Anstieg geben, also Fadenstange Teil 2 ist möglich, das muss relativ schnell passieren, je länger hier über die Zeitachse nichts passiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass die nächste größere Bewegung jetzt noch mal abwärts ist und spätestens bei 480 US-Dollar muss, sollte sich die Aktie fangen und ich muss sagen, wer etwas Zeit mitbringt, der wird aus meiner Sicht noch deutlich niedrigere Kurse als die aktuellen 734 US-Dollar bekommen für einen langfristigen Einstieg, so eine Korrektur ist normalerweise nicht in einem Tag abgehandelt, also lasst euch, selbst wenn ihr einsteigen wollt, bitte nicht davon irritieren, wenn die Aktie noch mal ansteigen sollte, ich glaube, es wird günstigere Einstiege geben und das Ganze unter technischen Aspekten, ich habe mal bewusst das Fundamentale ausgelassen, ihr könnt kommentieren, so viel ihr wollt und auch miteinander diskutieren, mir geht es hier um einen technischen Ansatz und ganz zum Schluss noch mal ein schneller Blick auf das, was hier die Analysten, die kommen natürlich nicht hinterher, da darf man jetzt wirklich auch nicht besonders kritisch sein, wie sollen die so schnell reagieren, also wir haben noch vor einigen Tagen, das war noch vor dem Einbruch jetzt, das letzte Research war hier von Argus, Kursziel auf 808 Dollar angehoben, davor haben wir hier Oppenheimer auf 684 Dollar, dann haben wir, ja, Canaccord, kanadischer Broker auf 750 Dollar, so, aber es gibt eben auch einige, die sehen, die blicken auf die Zahlen und sagen, ja, das ist ein bisschen viel Zukunft da drin, also wir haben hier zuletzt beispielsweise Barclays, ja, Kursziel 300 Dollar Untergewichten, wir haben die DZ Bank, fairer Wert 360 Dollar zwangsläufig verkaufen und so sehr ich an den Turnaround bei Tesla glaube, wenn sie nicht enttäuschen, ja, hier unten hatten wir Kurse, wo man sagen kann, hier ist Raum für positive Überraschung und dann kommen zwei positive Quartale und sie haben positiv überrascht und diesen Short Squeeze ausgelöst, aber jetzt ist es andersrum, jetzt ist kein Platz mehr für negative Überraschungen, das heißt also ein Quartal, welches schlechter läuft als geplant, Absatzzahlen, die schlechter laufen als geplant, werden jetzt genau das Gegenteil auslösen, das heißt, ich finde Tesla nach wie vor interessant, in meinem allerersten Video über Elon Musk, habe ich gesagt, ich glaube, die Welt braucht solche Visionäre, absolut disruptiv, für die gesamte Automobilbranche, Hut ab vor dem Mann, aber fundamental finde ich die Aktie wahnsinnig teuer und ich habe es schon gesagt, auf diesem Niveau für mich wäre sie weder fundamental noch technisch ein Kauf. bringt ja nichts, wenn ich drum herum rede. Also, das war's. Zum Schluss noch einmal die Warnung, seid vorsichtig, wenn ihr mit derart volatilen Aktien handelt und eine Erwähnung auch noch, ich wundere mich manchmal, warum sich so viele Leute darüber freuen, dass so eine Aktie dann, ja 100 Dollar, 200 Dollar, also respektive 10, 20 oder 30 Prozent an einem Tag macht, mit einem entsprechenden Hebel könnt ihr selbst in einer vermeintlich langweiligen Aktie wie Coca-Cola oder IBM, ja, irgendwelche Schwergewichte, die könnt ihr euch aus, oder ihr nehmt euch eine Apple oder sonst irgendwas, ja, Hauptsache viel Volumen, ein klar erkennbarer Chart und ihr könnt aus jeder noch so kleinen Bewegung mit dem entsprechenden Hebel dem entsprechend was rausholen. Also, es muss nicht unbedingt ein Basiswert sein, der dauernd Kurslücken aufweist, denn Kurslücken sind der natürliche Feind des Traders. Das als kleines Wort zum Donnerstag. Also, das war's für heute, passt auf euch auf, herzliche Grüße, euer Lars.